Oh, was? Was? Hey Leute, was geht? Willkommen bei PokéLoss und heute reagieren wir auf den Boxbreak von SerHush. Der öffnet heute jede Menge Astral-Glanz-Displays. Ich habe mir 10 Booster Packs bei mir gekauft und ja, lassen wir mal schauen, was er für mich zieht. Let's go! So Leute, los geht's! Das nächste sollte ich eigentlich sein. Da waren schon einige Hits in dem Display. Ihr seht, was der Vorgänger bekommen hat. Richtig nice Karten. Ich hoffe mal, dass bei meinen fünf was schönes dabei ist. Los geht's. Das sind wir. Let's go. Fünf Packs. Fünf Packs für dich. Dann schauen wir mal. Die Art-Drags sind richtig nice. Das wären jetzt meine allerersten eigenen Karten. Ich habe für mich selber noch nichts aufgemacht. Art-Tipp. Hippopotas. Oh, Feurigel. Sichlor. Yes. Shiny Wrestler Dero. Let's go. Der erste Hit. Nice. Okay, hat sich schon gelohnt. Ich meine, Leute, es ist eine Shiny pro Display. Das ist nice. Ein Shiny pro Display. Okay. Hier sieht mega nice aus. Hier sieht mega nice. Centering. Sieht auch okay aus, dann immer. Das ist geil. Als allererster Booster. Erster eigener Booster. Richtig, richtig nice. So, Nummer zwei. Kann man so viele Sätze hintereinander gibt. Ja, das Problem ist, viele sammeln jetzt Deutsche und Japanische. Beagle, Clapty Fox. Das ist halt dann ordentlich. Lino. Reverse. Tonnupto. Oh, Tonnupto Holo. Ich liebe Tonnupto. Oh mein Gott. Ich finde die richtig, richtig geil. Ich finde die wirklich Hammer. Eins meiner Lieblings-Pokémon. Oh mein Gott. Das sieht geil aus. Nice. Das passiert immer wieder, kommt oder öfters vor, dass drei japanische Sätze bei uns ein globales Set ergeben. Das war früher die absoluten Ausnahme. Eine richtig geile Headwear natürlich nice. Aber ich bin schon echt zufrieden. Aber jetzt haben wir das sehr, sehr oft. So, Fifien. Noch mal ein Quickel. Kisui Baldorfisch. Sieht auch cool aus. Noch mal ein Re... Bist du wahnsinnig? Er zieht den Leichen auf einmal. Was? Was? Er kriegt mein Sohn auch eine. Zweimal ist Ladero. Kannst einen Grayen lassen. Okay. Krass. Oh mein Gott. Das ist super rigged. Okay. So, let's go. Wir haben noch zwei. Das hat sich ja schon echt irgendwie gelohnt. Oh mein Gott. Plaudergeil. Plaudergeil ist auch cool. Anton. Richtig nice. Ich liebe die Artworks. Shaming Reverse Holo. Auch cool. Not bad. Und Nummer 5. Come on. Aber das hat sich echt schon gelohnt. Mantax sieht richtig, richtig nice aus. Fifien. Auch cool. Sieht geil aus. Axanthor. Axanthor. Trainer Gal... Oh. What? What? Wo kommt der denn auf einmal her? Das ist doch geil. Palkia Vista. Oh mein Gott. Eine Goldkarte auch noch. Das ist mein erster Pack. Also mein erster Fünferpack. Oh mein Gott. Gibt es ja gar nicht. Bist du wahnsinnig. Wie geil. Und ich finde die Karte sieht sehr, sehr gut aus. Vor allem weil er eine richtige Tiefe hat im Artwork. Oh mein Gott. Ich finde es geil. Ich finde es geil. Das waren meine alle ersten fünf Packs ever. Und jetzt soll ich starten mit einer Palkia Vista Goldkarte. Wenn es sehr hascht, der kennt sich halt schon aus. Ich kenne mich ja noch überhaupt nicht wirklich ausbilden lassen. Jeden Tag war was. Ich glaube das war ein geiler Pull. Jetzt haben wir beide. Jetzt fehlt noch die Alternative Artwork Karte. Das gibt es ja gar nicht. Leute. Das war ein richtig geiler Pull. Ich finde für einen Einstieg in das Pokémon TZG Game richtig, richtig nice. Das war aber bloß der Anfang. Es wird eine Menge, Menge folgen hier auf dem Kanal. Ich habe jede Menge Displays von der gesamten Sword and Shield Threadshilt Ära. In Englisch, in Deutsch. Ich werde dem nächsten Video nochmal extra hochladen, was ich alles plane, was so kommen wird. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Und wenn ihr wollt, ihr könnt auch mal im Discord joinen. Der Link ist in den Beschreibungen. Genauso Instagram, Twitter und so weiter. Danke fürs Schauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.